Hallo meine Schnitzel und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme von Happy Wheels Diesmal nicht von Today und auch nicht nach Play Count, weil er mir sagt Oh, da, ich hab das... Jetzt kann ich nicht mal scrollen in dieser Scheiße hier Ah, jetzt geht's Ähm Grab the Ball, machen wir mal Ähm, ja Was gibt's zu sagen, äh Dass mein Internet heute scheiße ist Genauso wie Bis gestern auch scheiße war Ich hab den Ball nicht gegrabt Oh, ich hab's trotzdem geschafft, was, was, wow Ich hab's geschafft, wow Möchte aber nochmal den Ball kriegen Okay, dann eben nicht Äh, mein Internet ist scheiße Also ich weiß nicht, wann dieses Video hochgeladen werden wird Ich weiß es einfach nicht Ich glaub, man sieht es auch schon Wenn ich hier jetzt mal an der Seite gucke, gut, das sieht man nicht im Video Ich hab drei Balken Drei Balken Möchte aber ein Jetfall machen Möchte aber ein Jetfall machen Ähm Ja, das ist, das ist mies, weil man muss überlegen Ich hab schon so Eine Fünferleitung Gefühlt Und bei uns ist das so Der, äh Der, äh Anbieter von uns Lagt so Es gibt erst, äh Es gibt erst, ähm, hier Eine neue Leitung Versteh ich nicht Versteh ich nicht, tut mir leid Ähm Dann machen wir mal ein Pogo-Jump Möhm Während es lädt, ja Mensch Erst wenn irgendwelche Schäden sind Fick dich, Alter Äh Erst wenn irgendwelche Schäden sind, äh Werdet Werden die Leitungen neu gemacht Aber das Problem dann ist Ich für einen gewissen Zeitraum Kein, äh Keine Dingshop Keine Intranetleitung, was bedeutet, dass ich für diese Zeit Ähm Dass ich für diese Zeit halt keinen Internet hab Was bedeuten würde, ich könnte in der Zeit auch nichts hochladen oder anderes Oder Ähnliches Sagtet mir Sagtet mir Das gebe doch nicht, ne Ähm Sollte wieder Deutscher reden Ich 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 Versteh nicht, was das Ja Ja Ich Fahre einfach mal so auf den Boden, äh Und dann Zerstör ich mich auf einmal Bisschen Bisschen Highspeed Trine Bisschen Highspeed Trine Bisschen Highspeed Trine Wir haben nur noch Wir haben keinen Arm mehr Unser Kind hat auch keine Arme mehr Wir haben nur noch ein Bein Und lenken grad mit unserem Kopf Okay Okay Seine gute Zeranbatter Gott, ich klicke ab, ey Bein Oh, 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 oh Wir haben es geschafft Wir haben es genutzt. Ähm... Save your life klingt cool. Mit der... Mit der... Fetten da. Mit der Rollen. Und es tut mir leid, dass ihr jetzt die ganze Zeit diese blauen Balgen... Blauen Beichen... Blauen Seiten da... Tragen müsst. Aber... Was soll ich machen? Ich hab schon auf LAN umgestellt, damit es einigermaßen... Äh... Das einigermaßen in Ordnung bei mir geht. Aber... Ja... Ja, jetzt quescht das auch wieder. Fick dich. Nein, Fick dich. Fick dich. Einfach nur. Spiel. Ach Gott. Fick dich, Spiel. Sollte ich vielleicht einfach wen anders nehmen, oder wat? Oh. Was eine Überraschung. Ähm... Falls ihr euch fragt, warum ich das jetzt gemacht habe... Äh... Ich wollte einfach nur ein cooles Thumbnail haben. Hehehe... 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 So, ich hab jetzt eine tolle Idee, was ich drauf machen kann. Hehehe... 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 Das darf natürlich nicht nackt sein, aber ich hole das weg. Hehehe... 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 Ah... Würde wenigstens ein ordentliches Level heute hattet. Hehehe... Ah, so knapp. Aber in die Eier rein. In die Eier rein. oh double kill double penetration nochmal das kann ich jetzt gar nicht mehr schaffen ich versuche jetzt mal mich selber zu killen so harikiri style oder harakiri style sauber den kopf durchteilt ist das letzte schwert ihm wieder festgemacht am boden oder was oder greife ich etwa immer den boden das wollte ich hinten an den nacken ich versuche wieder irgendwie genau leck an dem schwert Ja, leck dran ab. Ich will es nochmal schaffen, mich irgendwie cooler zu tun. Die Stellung von dem kleinen Jungen, ey. Oh Gott. Ähm. Na, hey. Nein. Ich möchte hier raus. Na. Na, komm, das geht doch. Du weißt, dass es geht. Du weißt es doch auch hier raus. Nein. Oh Gott. Egal, ich würde mal sagen, das war es mit diesem Part. Also, wenn er nicht allzu schlecht war. Wegen diesem scheiß Internetproblem. Tut mir echt leid. Und wenn es dann für euch in Ordnung war, dann... Das ist doch vielleicht eine Bewerbung klar oder so. Und ich kenne auch nichts dafür, dass ich irgendwie so behindertes Internet habe. Also, es ist und bleibt mir ein Rätsel. Das könnte mit dem Sturm zu tun haben, aber dann frage ich mich, warum es Samstag anfängt, wenn der Sturm am Montag war. Egal, 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 vielleicht hat die Feuerwehr irgendwo einen Baum oder so rausgeholt und dabei bei dem Rausholen des Baums ist dann eine Leitung kaputt gegangen. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Schau, denn ich sage, Bye und bis zum Samstag oder so. Also dann Tschüssi Lee und bis dann.